Oh mein Gott. Was? Was? Nein! Das war's, oder? Nein, die beiden haben wir auch noch. Nur ein unbedachter Vorbesitzer. Ja wohl. Loll! Trägt ewige Tarnung, Alter. Yo, willst du den Koffer denn gar nicht aufmachen? Ach, ich hab noch mal fünf Kisten, okay? Ich hoffe, das hilft dir. Ja? Ich sag doch, hier gibt's krasses Zeug. Es ist ganz bestimmt kein Blut. Nein. Ja! Zwei epische Tarnungen! Meine dritte heute. Heiß? Ah! Das könnte ich auch verbrauchen. Oh, du siehst verwirrt aus. Hast du dich verlaufen, oder so? Bitte, um... Uh... Wie ist es? Hm. Und wie aus?